Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein paar Kids von der Straße zu verprügeln? Alles, was ich will, ist, dass du deine Rente hier in diesem wunderschönen Land verbringst mit all deinen Freunden. War sie nicht die mit dem Super-Atom? Hurricane Jane nannte man sie. Stellt euch die Blowjobs vor. Hier in Dunmanor wollen wir, dass ihr so viele Freiheiten habt wie möglich. Wir wissen, dass eure Superkräfte ein Teil von euch sind. Doch wenn die Bekräfte zu einem unsicheren Umfeld für die anderen Bewohner führen, haben wir ein Problem. Nun, zu etwas Erfreulichem. Hero Day steht wieder vor der Tür. Willst du mich verarschen? Das ist der Hero Day? Der hier ist mehr so regional. Der große ist in New York. Sind Sie berühmt? Bin ich. Wieso habe ich dann noch nie von Ihnen gehört? Ich liebe Sie. Würden Sie mir ein Autogramm geben? Natürlich. Nein, nein. Unterschreiben Sie hier. Erschieß mich einfach. Jerry, wie geht's dir, Mann? In Jerrys Zimmer gab es Kampfspuren. Irgendwas geht hier vor sich. Das ist eine simple Aufgabe, um zu beurteilen, wie weit du deine Kräfte kontrollieren kannst. Haben Sie eine Aspirin? Wir sind hier auf der Spur. Du reduzierst uns Helden nicht die Superkräfte. Du absorbierst sie. Ray und seine kleinen, beschissenen Freunde sind ausgebrochen. Wir verlegen den Plan auf heute Abend. Das ist pures Peritonium. Tödlich für alle Superhelden. Alles, was die Welt braucht, ist ein einziger Superheld. Zeit, den Geruch der Gerechtigkeit zu schnuppern. Jetzt habe ich all eure Kräfte. Alicia! Was willst du tun? Mich zu Tode langweilen mit einer deiner Anekdoten? Arm runter, Hose hoch, Bernard. Donnell an! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... Das war das W trouver. Ich hoffe, das macht mich nicht mehr wiederholen, haben quantities zu spielen. biết hier nicht mehr so viel mehr Einschwellen.